Na, das war aber gerade gutes Licht. Hast du gesehen? Ja. Hallo Freunde! Hallo! Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Wir sind Maxim und wir sind Danny und wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Und heute wird es richtig cool, denn wir stellen euch heute zwei neue, zeigst du es schon mal in die Kamera, zwei neue Rezeptbücher vor. Und das Besondere ist, dass Maxim sogar diesmal ein eigenes Rezeptbuch hat dort. Maxims Salatbuch Frühlingsedition und die Community Edition 2, muss es zeigen, sind ab jetzt im Plitier Verlag zu bestellen. Hier unter diesem Video verlinkt und wir werden euch darüber jetzt ein bisschen was erzählen und starten jetzt mit diesem Video. Freunde, ihr wisst, wir haben in den letzten zwei Jahren ja schon wirklich einige Rezeptbücher für euch erschaffen. Und diesmal ist es soweit. Wir haben zwei neue und diesmal ganz besonders wieder. Wir haben einmal, ich fange einfach gleich an mit meinem Salatbuch. Ihr wisst, dass bei mir in letzter Zeit sich ganz, ganz viel ändert. Ich gehe mehr zum Sport. Ich achte mehr auf meine Ernährung. Ich trinke mehr und ich möchte einfach, vor allem jetzt zum Sommer, jetzt zum Sommer hin, schöne Rezepte haben, wenn man mal zum Grillen eingeladen ist. Und was bringt man meistens mit? Salate. Gute Laune. Gute Laune und Salate. Und deswegen haben wir hier 40 meiner liebsten Salatrezepte. Und das ist nicht so klassisch Gartensalat mit ein bisschen Rucola und ein bisschen Blattsalat, sondern nee, wir haben wirklich schöne, schöne, leckere Rezepte mit drin, von denen ihr bestimmt noch nichts gehört habt. Wir haben den Pfifferling-Salat, wir haben den Rotkohl-Salat, wir haben den Spinat-Lasat. Einer meiner liebsten ist der Lack-Salat und der Röst-Gemüse-Salat ist vor allen Dingen für die Herbstrichtung schon wieder richtig gut. Mühe, zimmer weiter. Ihr kennt das Prinzip der Rezeptbücher, wir haben sie so einfach es geht für euch umgesetzt. Ihr habt auf der einen Seite immer die Zutaten, dass ihr auf einen Blick wisst, was braucht ihr. Ihr könnt euch davon ein Foto machen, nehmt damit zum Einkaufen und könnt dann abhaken auf eurem Handy, was ihr schon habt. Und auf der anderen Seite habt ihr wirklich in einfachen Schritten aufgeschrieben bekommen, wie das Ganze einfach umzusetzen ist. Ich hasse es, Rezepte zu lesen, wo ich dann erstmal 20.000 Schachtelsätze habe und am Ende eigentlich gar nicht weiß, was ich am Anfang noch machen sollte. Und dafür haben wir 40 verschiedene meiner liebsten Salatrezepte fertig gemacht. Und zusätzlich habt ihr die Möglichkeit, euch im Rezeptbuch auch kleine Notizen zu machen. Zeigt das doch mal. Das ist immer ganz gut. Ich habe euch die Rezeptbücher hier unter diesem Video verlinkt. Ich persönlich muss ehrlich sagen, und ich sage auch gleich was zu der Community-Edition, dieses Salatbuch von Maxim ist wirklich ganz cool, weil ein Salat muss ja nicht immer ein Hauptgang sein. Manchmal kann man ja auch quasi etwas Leckeres sich zu essen machen und dann durch dieses Buch sich eine kleine Inspiration mit als Beilage holen. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ich glaube, dass das mit eines der tollsten Rezeptbüchern ist. Und das andere Rezeptbuch, das ist nämlich hier die Community-Edition. Und das sind quasi eure Rezepte, mehr als 40 Rezepte aus der Community, hier in diesem Buch zusammengestellt. Das war ja schon vor einem Jahr ein richtiger Erfolg. Das war so ein bisschen gelb. Ihr erinnert euch, das war die Community-Edition 1. Da hatten wir ja schon 40 coole Rezepte. Und das Coole ist, weil wir ja eine total bunte und vielfältige Community haben, haben wir dementsprechend auch sehr viele bunte und vielfältige Rezepte da drin. Viele haben wir nämlich schon nachgekocht. Und da gibt es so einige Sachen, die sind natürlich in Erinnerung geblieben. Wir hatten einen richtig tollen Kaffeekuchen mit drin gehabt. Der ist grandios, den werden wir für euch auch hier mal auf YouTube backen. Das Coole ist halt auch, dass wir ja auch immer mal wieder jetzt in Zukunft einige Kochvideos aus den Büchern kochen werden. Das heißt, wir können dann quasi auch gemeinsam unsere Gerichte präsentieren. Das ist immer das Coole, wenn wir so interaktiv die Videos gestalten mit euch. Deswegen, ich persönlich würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr mal im PT-Verlang vorbeischaut, hier unter diesem Video verlinkt. Und da findet ihr die beiden Bücher. Man kann auch, wenn man das möchte und noch gar kein Rezeptbuch hat, man kann auch die gesamte Rezeptbuchbox kaufen. Ich glaube, das sind inzwischen sechs Rezeptbücher. Und dann hat man über 240 Rezepte. Das ist schon die große Hausnummer. Vor allen Dingen, wir haben ja auch wirklich so viele verschiedene Rezepte mit drin. Also es ist ja oft so, wenn ich, ich habe auch einige Rezeptbücher hier, die ich dann immer mal zu Weihnachten geschenkt bekommen habe oder so. Das Problem, was ich mit den Rezeptbüchern habe, ist immer, die sind immer so thematisch. Mit generell welchen, nicht mit unseren. Genau, mit anderen. Die sind immer so thematisch, so ganz explizit. Die besten 20 Suppenrezepte für den Advent. Ich möchte aber nicht nur immer Adventsuppe essen, sondern ich möchte, wenn ich heute keine Idee habe, was wir nächste Woche essen wollen, ich gehe so oft an die Rezeptbücher, die ich ja natürlich hier auch alle zu Hause habe, schaue durch, schreibe mir auf, was brauche ich, kann mir dann eine Liste machen und weiß, was brauchen wir zum Einkaufen. Viele Sachen hat man natürlich auch schon zu Hause. Das sind alles keine Rezepte, zumindest aus dem Salatbuch jetzt in der Community Edition, das sind ja Rezepte von euch. Natürlich, wir haben bei unseren Rezepten, in unseren eigenen Rezeptbüchern natürlich auch immer ganz besonders noch darauf geachtet, dass das alles sehr einfach ist. Dass ihr nicht den steirischen Kürbiskernöl auszubraucht, sondern das ist dann einfach mal ein Olivenöl. Man muss aber auch dazu sagen, dass die Community Edition Rezepte, also von den Zuschauern, auch nicht so schwer sind. Der ein oder andere Rezeptvorschlag, der war schon etwas komplizierter, aber ich fand auch, das war alles zu kochen. Und was ich persönlich auch ganz gut fand, viele haben darauf geachtet, auf das Sprichwort günstig, weil wir alle leben ja aktuell in einer sehr preissteigenden Zeit und viele Rezepte sind auch für den kleinen Geldbeut. Das heißt, man kann auch leckere Sachen mit wenig Euro kochen. Vielleicht ist das auch nochmal ein großer Grund für euch, bei dem Community Rezeptbuch zuzuschlagen. Und Salat ist auch nicht so teuer. Also ich habe mich halt für das Salatbuch entschieden, kann ich ja so ein bisschen erzählen. Weil erst mal, ich achte mittlerweile ganz anders auf meine Ernährung und ich probiere auf unsere Ernährung, dass ich mehr Gemüse in das System von Danny und zu mir kriege. Und es ist natürlich immer recht schwierig, eine Abwechslung, finde ich, in Salaten zu haben. Weil meistens ist es dann doch immer derselbe. Es ist das fertige Syltar-Dressing und dann ist es, weiß ich nicht. Salata Primavera. Ja, Salat, Zwiebeln, Paprika und ein bisschen Gurke und Tomate. Und das ist aber langweilig. Und ich glaube, wenn man konsequent sein möchte und konsequent mehr Gemüse essen möchte, gerade jetzt, wenn wir Richtung Sommer gehen, die Bikini-Figur ist... Wimpies hat angerufen, die haben einen Wahl am Strand gefunden, der heißt Danny. Nein, und es macht einfach Spaß und vor allen Dingen jetzt, wenn man wieder mit Freunden sich draußen treffen kann. Wenn man Freunde hat. Und da ist so ein Salatbuch mit wirklich vielen verschiedenen tollen Salaten. Was ganz Besonderes. Und ich bin da sehr, sehr stolz drauf. Auch auf das Cover. Ja, das Cover ist wirklich sehr schön. Jetzt hier in den Probeexemplaren seht ihr noch den grauen Balken. Der verschwindet dann natürlich. Ihr seht da immer mal wieder hier so Grafiken eingeblendet, wie die Bücher denn wirklich aussehen. Was dann auch ganz schön ist, wenn man die Rezeptbücher alle zusammen hat, hat man halt auch so einen kleinen Regenbogen, weil man ja verschiedene Farben hat. Das Backbuch war rot, das verrückte Rezeptbuch war blau. Dann haben wir noch ein vegetarisches Rezeptbuch, das könnt ihr euch auch gerne mal anschauen. Und natürlich noch die Community Edition 1. Das sind tatsache schon über 240 Rezepte. Das ist schon fast ein Sammelband. Und ich persönlich, und das sage ich auch immer wieder, wir achten auch ein bisschen drauf, dass bei diesen Rezeptbüchern, dass wir halt wirklich diese umweltschonend drucken. Das ist halt auch immer noch so ein Thema, weil man ganz viel auch mit Fotos arbeitet. Und wenn man mal ehrlich ist, also diese Fotos in diesen Rezeptbüchern, die sind zwar fürs Auge mal ganz schön, aber es sieht in der Wirklichkeit eh nicht so aus. Deswegen haben wir das hier alles sehr schlicht gehalten, dementsprechend auch einen relativ günstigen Preis abgebildet. Deswegen schaut gerne im Plittier Verlag vorbei, seht ihr das denn? Und ja, schaut auch gerne mal im Zubehörbereich mit. Wir haben ja auch Lesezeichen etc., damit ihr auch halt diese Versandkostenfreiheit erreicht ab 30 Euro. Denkt an das Buch von Claudi, das ist ja auch noch mit im Shop. Wir haben das Buch Kinder der Dunkelheit von mir, ein Hardcoverbuch, was Neues. Und die letzte Zwerge, der Midgard-Podcast, den gibt es auch als Hardcoverbuch inzwischen. Also es macht wirklich Sinn, sich mal ein bisschen auf der Homepage umzuschauen und zu stöbern, um dann auch relativ schnell die Versandkostenfreiheit zu erreichen. Ja. Und das sieht wirklich auch nebeneinander wirklich schön aus, wenn die alles so ein bisschen sortiert sind. Und dann merkt man auch, dass es ist wie bei mir, bei meiner Firma ist es auch wie bei Danny. Wir verpacken alles selber. Wir unterschreiben jedes Kochbuch, wenn ihr wollt, mit unserer eigenen Unterschrift. Wir verpacken das. Wir bringen es selber zur Paketstation. Also ihr habt dieses Personal-Feeling, was wir euch gerne mitgeben wollen. Und ich glaube, das macht den Pelletier Verlag dann auch nochmal so besonders, dass es alles wirklich, ja, ist wie so eine kleine Manufaktur mit ganz viel Liebe. Das stimmt, Freunde. Deswegen schaut gerne im Pelletier Verlag vorbei. Ich würde mich sehr freuen und wir würden das verabschieden. Wir sehen uns. Ja, mit Vorredner. Ja, wir wünschen euch ein schönes Restwochenende. Bis bald und schaut gerne unter dem Video vorbei. Tschüss. Tschüss.